Wir laufen zwei Schritte vor, zum Beispiel lau, lau, out, out, in, cross, Schritte rechts zur Seite, achtet hier nach rechts und das linke Knie geht vor, das rechte Knie geht vor, das linke Knie geht vor. Auf und wechseln wir, indem wir den linken Fuß abstellen und wir gehen zwei Schritte zurück, lau, lau sind immer noch diagonal, auf und ein Schritt zurück und wir machen eine achte Drehung nach links, wie die Seite halt ist und drehen, kreuzen wir den rechten über den linken, machen eine ganze Drehung, gehen über ein Sweep, kreuzen wir hinter, Seite, cross, 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 pause, side, walk, und beim cross, wir tippen den linken Fuß zur Seite, kreuzen, tippen den rechten Fuß zur Seite, kreuzen, auf und stellen wir den linken Fuß ran und machen jetzt die Hütte drehung nach rechts, den zwei Schritte vorwärts, lau, lau, machen wir einen enkelsten mit rechts, enkel, step, wir gehen rückwärts, machen eine passierte mit links, sitz rück, bleib mit rechts, rück, ein sailor, turn mit links, sailor, turn, wir tippen den rechten Fuß ab, auf vorne, machen eine halbe Drehung über die linke Schulter und verlagen das Gewicht auf rechts, tippen den linken Fuß auf, tippen, verlagen das Gewicht auf links, machen ein kickball step mit rechts, kickball step, eine viertel Drehung nach links, mit einem großen Schritt rechts, seitwärts, während beide Knie schon nach vorne, Knie und drücken die Ferne nach unten, rechter Fuß ist frei, wir gehen gekreuzt, wir gehen seitwärts, kreuzen wieder, cross, gehen rückwärts, seitwärts, gleich mit links ist, cross, seit, cross, back, seitwärts, 7, 8, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Acht und eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht, eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs, sieben, acht, eins, zwei, zwei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Der rechte Fisch geht vorwärts, immer eine Badinole und noch eine Badinole und dann geht's mit vorne.